Meine Freunde, zwei neue Beats sind online, zwei Drill Instrumentals. Ich blende den Link hier oben ein, geht doch mal rauf, lasst einen Klick da, folgt mir auch bei Spotify, Deezer, sonst wo. Meine Freunde, danke für jeden Support. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's wie immer bestens und wie immer ohne langes Rundgerede legen wir direkt los. Jetzt geht's los mit Rav Kamora und Shiago. Der Song heißt Liebe Grüße. Produced. Pfff, wieder zehn Namen. The Royals, The Crates, Kev, Coco, Neil & Alex, Stupid Lou, Coolpack, Rav Kamora, Didi, Heligen. Das ist schon ein Haufen, Alter. Lass uns überraschen, Video wie immer bei Shau Casado, Mixed by Manchu, Master by Lex Barkey. So, mal gucken. Ah, okay. What is love? Von Hadaway, das Sample. Ah, geil, Alter. Waren schon aber viele Leute am Start an der Tankstelle zum Dreh. Rav Kamora liefert immer ab, kann man nicht meckern. Wirklich. Das ist geil, gib mir was vom... Das kommt nice. Ist geil, ist geil, war ich leider zu langsam. Ich hab nämlich den Beat auch gemixt. Aber scheiß drauf. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist der erste Song, den ich von Shiago höre. Ich hab den noch nie gehört. Der Bass Shepard böse, ich penne nicht. Shepard wie Hürde auf Englisch. Bin ständig. Der letzte Mann im Club wie ein Torwart. Hat ein gutes Herz wie ein Sportler. Bierchen im Park überguckt jetzt in Borcherts. Boah, Charts war ich eins. Und alle wollen sich an meinen Arsch ranklammern. Seit ich... Alle wollen sich an meinen Arsch ranklammern. Ja klar, wenn da eins geht, Alter, dann kommen die ganzen Arschkrieche heraus. Alles mit der Maske. Was heißt Maske? Er hat einfach eine Skibrille auf. Keine Maske. Simpel. Nice. Mein Arsch ranklammern. Seit ich Partisane gemacht hab. Doch ich trau nur ein Paar wie ein Pfarrer. Ich trau keine Hose und Zahnstein und male, das macht keiner krasser. Mäuse sagen zueinander. Boah, Agu ist so ein geiler Macker. Gib mir noch was von. Ist geil gemacht. Ist auch cool gemacht von Agu. Ist cooler Rap. Liefert ab. Auf jeden Fall. Das Batman-Zeichen hinten ist geil. Raph steht so und dann ist das Zeichen in diesem Moment so, wie Raph da so steht. Sehr, sehr geil. Haben die Jungs auf jeden Fall sehr geil geremixt. Schöne Grüße an alle Producer. Ich werde hier jetzt nicht wieder alle einzelnen wählen. Geil gemacht auf jeden Fall. Geil gemacht. Beste Grüße an Chao Kassado an dieser Stelle. Wieder mal für ein sehr, sehr, sehr stabiles Video. Die Parts auf jeden Fall cool. Hook. Also die ganze drumherum sehr, sehr nice. Habe ich auf jeden Fall geil gemacht. Haben die gut abgeliefert, die Jungs. Raph Kamara, Chao Kassado mit dem Song Liebe Grüße. Die Remix von Hadaway mit What is Love. Haben die gut umgesetzt auf jeden Fall. Haben die sehr, sehr gut umgesetzt. So, meine Freunde. Schreibt meinen, die Kommis, wie ihr den Song findet. Ein Like habe ich direkt da gelassen. Gehen wir mal zu den Kommis und hinterlassen. Unsere Flamme. Ne, wirklich cooler Song. Es geht halt nach vorne. Das mag ich. Und deswegen gibt es auch vier Flamme. Chiago hat abgeliefert. Raph hat abgeliefert. Geiler Beat, Producer. Chao hat abgeliefert. Vier Flammechen für die Jungs. So, da sind sie. Like haben wir da gelassen. Meine Freunde, schreibt ihnen, die Kommis, wie ihr den Song findet. Von Raph Kamara und Chiago. Liebe Grüße. Haben die einfach mal früher released und haben jetzt schon 100.000 Aufruf von drei Stunden. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, wollen wir es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Meine Freunde, wie ich bereits meinte, geile Parts, geile Hook, geiler Beat, geiles Video. Was soll man noch sagen? Außer geiles Ding. Rund, rund. So, bleibt stabil, bleibt gesund. Lasst euch nicht auf den Sack gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Reaktionen wieder. Bis dahin. Ich bin raus. Peace.